Good morning in the morning und ganz herzlicho. Ich mach mal Licht an. Oh fuck. So. Und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir hier auf meinem Kanal. Leute, in diesem Video spielen wir noch eine Runde COD Mobile. Und ich hatte die PDW ein bisschen angefixt und ich möchte die jetzt mit euch ausprobieren. Ich würde sagen, wir gehen jetzt rein ins Game und ganz viel Spaß beim Video. Und ich würde sagen, let's go! So, wir sind jetzt hier in Game und wir gehen hier in Waffenschmied. Peacekeeper will ich ändern. So, hier, jetzt habe ich es auch endlich mal geschafft. MP. Die PDW interessiert mich. Ich habe die nämlich echt komplett gerne gespielt. Wir haben natürlich noch keinen Waffenschmied oder so. Wir haben noch nichts. Nee, natürlich nicht. Speichern. Nee, müssen wir nicht. Zack. Zurück haben wir jetzt hier ausgewählt, glaube ich. Ja. Und gehen direkt rein in... In was gehen wir rein? In eine Runde Herrschaft, würde ich sagen. Instant Lobby gefunden. Perfekt. Okay, nein. Wir wollen jetzt die PDW. Und warum ist immer Nuketown irgendwie? Kommt bei euch auch immer Nuketown? Naja, egal. Egal. Nuketown ist chillig. Let's go. Ist jetzt nicht so viel. Obwohl, nee, komm. Ich will eine andere. Ich will eine andere Lobby. Es bleibt wohl beim Nuketown. Also bleiben wir jetzt einfach mal hier dran. So, let's go. Ich bin jetzt gespannt. Nein, nein, nein. Ich bin meine Klasse. Und dann Ausrüstung. Zack, Leute. Langsam komme ich hier ins Game. Beim nächsten Wiedereinstieg. Kill mich. 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 Ja. Sie sollen mich killen. Ja, ja. Kill mich. Kill mich. Kill mich. Kill mich. 2, 1. Yes. So, jetzt haben wir die PDW. So, okay. Jetzt bin ich gespannt. Wie gesagt, ich würde gern wissen, wie sich die Waffen anhören. But I don't know. Äh, komm. Wollen wir mal hier drauf. Oh, komm her. Komm her. Komm her. Schön. Den nehmen wir auch noch mit. Leute, ich bin mir echt immer noch nicht sicher, ob ich online spiele. Egal. Ich lese einfach die Kommentare von euch. Ihr werdet schon wissen. Und wenn nicht, auch gegen Bots. Das ist okay. Ich spiele das Game nie. Das ist in Ordnung, wenn es Bots wären. Ja, schaut mal. Das ist doch weird. Egal. Hier. Punkte Serie. Haben wir einen Dart. Schauen wir euch. Lull. Perfekt. Jetzt schauen wir uns das mal an. Warte. Ich weiß es nicht. Ich kann es echt schwer sagen. Niederlage. Egal. Jetzt ist, äh, Seitenwechsel. Ich habe einen ganz, ganz schlimmen Ohrwurm natürlich heute wieder. Und man kennt es. Und zwar habe ich einen Ohrwurm von, von, äh, I wanna see some ass. Yes, I wanna see some ass. Kann nicht sein, dass ich von sowas einen Ohrwurm habe. Nicht Messer. Von, PDB. Zack. Oh, hey, Leute. Okay, jetzt werden sie besser. Okay. Jetzt glaube ich nicht mehr, dass es Bot-Lobbys sind, weil ich einmal geholt werde, oder? Perfekt. So, kommt hier vorne. Oh, rawr. Got you. Wo ist der? Oh, scheiße. Nein, Leute, wir dürfen nicht verlieren. Aber Moment, wir sind noch in eine Runde reingejoint, die schon aktiv war. Nein, das wissen, können es keine Bots sein, oder? Nee. Das würde für mich nicht so viel Sinn machen, irgendwie. Oh. Er hat mich gekillt, aber ich habe ihn noch mit der Hunter Killer geholt. Oh mein Gott. Oh. Leute, ich habe gerade echt... Nee, die sind... Nein, das sind keine Bots. Oder? Chat? Chat, sage ich, und so. Wir sind wegen Stream. Oh. Äh, Scuff. Uh. Ich muss mir das echt mal einstellen, dass ich springen und gleichzeitig schießen kann. Uh. Oh mein Gott. Nachladen. Scuff. Nachladen. Oh. Spring. Oh mein Gott. Danke, Teammates. I need you. Oh, ich schaue wieder... Schaue lieber hier wieder auf meinen Monitor. Die ist größer. Sehr schön. Wir haben wieder eine Hunter... Nein. Ja, ich habe die Nades so gesehen. Fuck. So, wir haben wieder eine Hunter Killer. Ich haue die jetzt einfach irgendwo hin. Ich dachte immer, die verfolgt die Leute und man steuert die selbst. I wanna see some ass. Ich muss aufhören. Oh. Triple Kill. Woo. Jetzt würde ich wieder denken, dass es ein Bots ist. Egal. Egal. Ob Bots oder nicht. Egal. Wir spielen jetzt einfach. PDW. Ich finde es so geil, dass die hier halt solche geilen Klassen haben. Hier ist einer. Got you. Got you. Äh. So. Ah, hinter mir ist noch einer. Oh. Da kommt noch einer. Oh, es ist zu Ende. Es ist zu Ende. Niederlage. Wir haben es zweimal verloren. Schade. Schade. Schokolade. Marmelade. Haben wir Last Kill? Ja, Leute. Yonchi01 hat den letzten Kill geholt. Gott. So. Ich will noch eine machen. Oh no. Oh no. Oh no. So. Weiter. Ja. Die Belohnungen nehme ich mit. Zack. Easy. Warte mal. Haben wir eine Sniper-Klasse? Das würde mich mal interessieren. Äh. Ausrüstung. Äh. Ja. Zwar nur eine vorgegebene. Aber wir wählen die einfach mal aus. Dazu muss ich halt sterben. Oh oh. Ich will aber sterben. Ich kill mich wieder selbst. Ich gönne den Kill nicht. Oh oh oh. Oh. Wir haben ihn so in den Po geschossen. In your ass. Also Plünderer braucht man hier auch Safe Call. Oh. Die Maps. Oh. Oh. Ich will. Äh. Okay. Teammate hat sie geholt. So. Zack. Ah. Hier rüber. Komm. Du schaffst das. Hä? Muss ich so hoch? Hä? Es geht nicht. Lull. Die haben halt doch so geile Maps hier einfach. Das ist so ein COD aus allen Teilen irgendwie. Voll crazy. Äh. Leute das. Nein. Okay. Ich lasse es. Das ist viel zu schwierig. Ich muss ja. Ich muss. Ich kann ja nicht. Ich habe beides hier noch links. Ja okay. Wir haben einen. Aber wow. Ich habe beides links. Ich muss eins nach rechts. Eins links. Damit ich auf der einen Seite aim und auf der anderen Seite schießen kann. Ich kann ja nicht beides so gleichzeitig machen. Ey. Okay. Das ging echt schnell. Die Runde komplett haushoch gewonnen. Die andere komplett verloren. Also ich muss aber. Ich glaube. Die Peacekeeper hat mir ein bisschen. Wir sind Dritter. Immerhin sind wir hier. Da kann ich auch irgendwie tanzen. Macht das irgendwas? Au. Auf der Wege getan. Au. Weil die beiden momentan nur noch faulenzen, musste ich sie jetzt nochmal hier zum Abschied holen. So. Moment. Boah. Verlassen. So. Ich hoffe das Video hat euch gefallen. Wie gesagt. Wenn ich öfter COD Mobile spielen soll, lasst im Video gerne ein Däumchen nach oben da. Oder? Und auch wenn nicht trotzdem. Oder? Schiggy. Baby Schiggy. Ja. Ihr müsst jetzt eigentlich ein Däumchen nach oben da lassen. Und ein Abo auch. Falls ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid. Schiggy. Ähm. Ja. Wie gesagt. Fühlt euch gedrückt. Passt auf euch auf. Ähm. Dankeschön fürs Anschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschö lü. Hier rüber. Komm. Du schaffst das. Hä. Muss ich so hoch. Hä. Es geht nicht. Loh. Ja, das war's.